hey und herzlich willkommen zurück leute zu einer neuen folge von dat nation der apokalypse edition ja wir sind beim letzten mal glaube ich hier in der nähe stehen geblieben und wir suchen immer noch nach patient 0 das kann ich euch sagen und wie ihr seht habe ich auch meine ganzen punkte behalten außer der multiplikator so rum der wurde leider nicht übernommen okay aber wenn er die punkte behält ist natürlich schon mal eine schöne sache weil so habe ich auf jeden fall was auf was ich stolz sein kann weil 35 million punkte schon mal so ein jahr kein schlechtes ding auf jeden fall ich hasse diese typen okay wir haben ein paar granaden bekommen und ich darf jetzt auf jeden fall nicht verrecken klar der multiplikator selbst nicht besonders hoch ich glaube den höchsten ich hatte waren fast 700 die ich dauerhaft behalten habe schon echt ziemlich gut man kann aber noch einen höheren bekommen schleicht dich nicht an von hinten du sack da kommen nimm die flair da hat sich einer gefreut weil er die flair aufnehmen konnte okay wir machen aber wie gewohnt weiter und schnitzeln die zombies hier weg ist nur ein bisschen schwierig gerade weil es echte menge los ich glaube im übrigen umso mehr punkte man kriegt umso höher ist auch die wahrscheinlichkeit dass man mehr heilung bekommt zumindest ist mir das in letzter zeit aufgefallen ich weiß nicht ob es stimmt zumindest so kommt es mir vor da kann ich gar nicht durch ich weiß nicht ob ich gerade beide kisten geöffnet habe oder nicht aber ist jetzt auch eigentlich wurst ja ihr dreck man warum ist ja nicht gerannt und dann kannst du alles noch mal machen das ist auch nie alter ist dessen scheiße man Junge ist es behindert kann einfach nie wahr sein ok benzin man sieht halt so wenig in dem spiel und ich habe schon die helligkeit erhöht ey das ist doch dumm alter jetzt mal ganz im ernst nimm doch mal ne andere waffe junge alter geht doch ich bin jetzt die ganze zeit durch diese vergifteten ah 14 gerannt wo kommst du denn hier alter es ist nervig man gott ich bin bestimmt kurz davor patient 0 zu finden kann ich mir gut vorstellen nein nein stirbt einfach nur ich weiß gar nicht ich glaube die stelle haben wir beim letzten mal gar nicht erreichen nicht ein ich nicht schon wieder. Mann, Alter, das ist doch nicht euer Ernst jetzt hier. Dann kann ich alles nochmal machen. Warum, Alter? Oh. Mann, das macht doch keinen Spaß, oh. Bin doch völlig raus aus dem Spiel. Kotzt mich auch an. Es kommt auch viel zu viel von den Großen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich sehe echt zu wenig. Sogar jetzt. Ich mache es jetzt aber ein bisschen anders. Also zumindest, dass ich da gleich hinkomme. Mein Gott, Alter, jetzt. Hey, wenn das alles mal nicht so ein Schwachsinn wäre. Mann. Du musst mich erst leer sein hier. Geht doch. Und jetzt kommen bestimmt wieder Gegner, wa? Nö. Ah, gut. Was? Flare. Ich kann mich an die Stelle überhaupt nicht erinnern. Ich kann mich an die Stelle überhaupt nicht erinnern. Ich weiß ja nicht, wie weit es noch ist, um da hinzukommen, wo wir hinwollen, aber... Hm. Kann sich nur um Stunden handeln. Ja, na klar. Ah, na klar. Kommt ruhig alle hier ruf. Hä? Hab ich den doch nie durchgespielt? Ich weiß es nicht, Mann. Ich treff den einfach nicht. Das ist mir jetzt egal hier. Oh, Herr. Okay. Und wir sind drüben. Oh ja, na klar. Lass mich. In Ruhe. Oha, oha. Und hier ist immer noch so viel los. Guckt euch die ganzen Leichenberger an. Ohoho. Alter, Falter. Oh, Herr. Einen Haufen Zombies. Oh. Die haben die Mission endlich beendet. Zeit über Ziel. Naja, ist ja kein Wunder, ne? Wenn man stirbt. Dann habe ich keinen Multiplikator dafür bekommen, dass ich nicht gestorben bin. Jetzt kriegst du mir auch noch ein paar Punkte mehr. Ja, bitte. Ja, bitte. Ich habe das Spiel nicht so lange in Erinnerung, aber ist natürlich auch ein bisschen besser für euch, ne? Highway 666. Nice. So, was ich brauche, ist nur Munition. Und viel habe ich eigentlich nicht verballert. Das war nur genau die Granaten. Und okay, sonst nix. So, wir werden jetzt mal folgendes machen. Ich habe noch so viel Kohle. Granaten, die Sprengkraft erhöhen. Warte mal, wir haben noch Magazin. Hier, komm. Haben wir von dem Gewehr auch voll aufgerüstet. Was habe ich denn hier? Ja, ist die Panzerung schlechter? Ah, ne. Ne, ne, ne. Das war ja klar. Okay, da drüben kann ich nicht hinschießen. Alter! Ist ja alles voller Löcher hier. Hat wohl das Militär versucht, die Brücken zu zerstören. Oha. Aber uns hält das nicht auf. Aber im Zwischen kannst du damit schon ziemlich viele Zombies wegholen. Alter! Hat mich gerade gewundert, wer hätte kamen. Hallo, meine Freunde. Habt ihr auch Hunger? Ja, ich auch. Ich suche nur noch ein paar Dosen für dich. René. Hihihi. Alter, was ist denn hier los? Nö, 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 nö. Nein! Oh, geht doch. Das ist knapp, Alter. Okay. Ein bisschen Kohle muss sein. Okay, da krieg ich leider nix raus. Keine Idee. Da, guckt mal, was ich für euch hab. Überraschungseil, was explodiert. Oh Gott, ich werd vergiftet. Ja, und dann auch noch. Nein! Oh, Mann, oh. Alter, das ist doch nicht normal. Es ist nicht normal. Ey, ich meine, woher soll ich das alles immer noch wissen? Ich glaube, mitunter ist es wirklich so gemacht, dass du verrecken musst. Nein. Okay, hier sind schon mal Heilungsgegenstände. Gut. Jetzt hätte das Auto runterfallen müssen. Das wäre bestimmt mega lustig gewohnt. René, Mann. Das ist doch nicht, Mann, was ich weiß. Oh, Mann, was ich weiß. Das ist doch nicht, Mann, was ich weiß. noch mal hinterher rennen Hier nicht noch gleich ein Großer. Na, komm. Frecken. Okay, der ist dood. Der noch nicht. Ey, aber der ist voll rin geflogen. Ich brauche Heilung nochmal. Ich glaube, auf der anderen Seite habe ich noch was fliegen lassen. Wirklich weit gekommen sind wir noch gar nicht, wa? Hier beim Highway. Weil alles voll ist. Mit Zombies und diesen biologischen Waffen, was man anscheinend dazu nutzen wollte, um halt, naja, die Zombies aufzuhalten, was aber nicht so viel gebracht hat. Anscheinend. Nein. 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 Okay. Ist jede Menge los, ey. Das ist krass. Nein! Nicht schon wieder, Alter. Da hab ich jetzt keinen Bock. Alter. Oh, yeah. Ein bisschen mehr Heilung. Oh, Triss. Naja, hat nicht so viel gebracht, leider. Aber das hat die eine Menge Zeug gebracht, Mann. Oh, hell. Mann, nö, ich häng' fest. Oh, Mann, no. Oh, Mann. Deine Meinung. Alter. Ich komm kaum voran. Das ist doch kacke. Oh, Mann. 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 Ja, das ist normal. Oh, Mann. Da die immer noch aus nichts kommen. Oh, Gott. Schatten. Räten. Ja, okay. Der wurde gerade für ein Spiel Werbung gemacht. Was ich leider nicht besitze. Wo soll ich jetzt weiterkommen? Da hinten ist ein Speicherpunkt. Achso, weil hier ist ein Schild. Yo. Okay. Alter, das ist so heftig teilweise. Okay. Wir können übrigens auch eine Waffe verbessern. Oder was auch immer. Dann wollen wir mal. So. Machen wir noch. Naja. Das reicht eigentlich. Ist die Waffe auch fast perfekt aufgerüstet. Full health. Launcher. Michael. Southman. Nein. Oh, wenn's. Alter, was ist das denn für eine Scheiße? Meins ganz im Ernst. Ey, hier ist alles voll mit diesen dicken Spacken, Alter. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Aufhören? Ding. Ich bin. Okay. Ich bin. paar leute noch geschockt leider nichts mehr ja weil die jetzt gerade finanzierung alter ist so krass voll hier mit diesen viechern ich habe mich jetzt hierher gekommen also wahrscheinlich falls die mich denn irgendwann mal umzingeln sollten oder so alter das ist viel zu unnormal war drin hier in letzter zeit rum kann man nur noch diese großen viecher mit den kleinen zombies meine bis zum nächsten speicherpunkt könnte es auch wieder ein bisschen dauern und schon komm schon wir kleine zombie hatten ja ich habe naja ich will zeit manchmal ein bisschen quatsch wo die herr die alle mal kommen kommen stürb der fall ist auch viel zu viele punkte mit eimer wände getroffen muss hä hä nein nicht schon wieder alter Boah, was ist denn das? Oh, nee. Ey, Leute, nee, das ist mir zu viel jetzt. Ganz ehrlich, wie... Warum? Wir sehen uns auf jeden Fall bei der nächsten Folge wieder. Also, ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Ich habe auch die anderen Waffen alle jetzt gar nicht eingesetzt. Naja, was soll's. Ja, es hat mich gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Wir sehen uns dann bei der nächsten Folge genau hier wieder. Und ja, bis denn und tüdelü.